Hey Leute, ich bin's wieder. Ich grüße euch mal wieder. Also ich muss euch sagen, bei manchen Leuten wär bestimmt so'n Eisbeutel gar nicht mal schlecht. Hört euch das Ding mal an. Ich denke mal, ihr seht das genauso. Kommt die Frau nach Hause und stürmt auf ihren Mann zu und sagt, Herbert, ich möchte jetzt mit dir schlafen. Der Mann winkt ab und antwortet, ach, wir haben doch heute schon fünfmal, ich kann nicht mehr. Ja, aber bitte noch einmal. Aber wir haben doch heute schon vor dem Aufstehen, vorm Frühstück, nach dem Frühstück, in der Mittagspause, am Nachmittag nach der Arbeit. Ich kann nicht mehr. Weißt du, was ich glaube, du bist sexsüchtig. Du solltest mal zum Arzt gehen. Das bringt auch nichts, da komme ich gerade her, der kann auch nicht mehr.